Siehst du mich? Siehst du mich? Siehst du mich? Du kleines, verschissenes Arschloch. Ich liebe dich. Das Problem ist, dass es niemals nur eine Szene gibt. Die Szene, die Sie erlebt haben, hat nichts zu tun mit der, die das Opfer erlebt hat. Darin liegt die Tragik unserer Existenz und darauf beruht die Notwendigkeit des Gesetzes. Wir sind alle davon überzeugt, dass unsere Sicht der Dinge die einzig wahre ist. Wir sind alle davon überzeugt, dass unsere Sicht der Tragik unserer Existenz und darauf beruht die Notwendigkeit des Gesetzes.